Jo 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 Leute und herzlich willkommen hier zum nächsten Teil unserer Archwing Quest und ich würde sagen wir starten hier mal direkt durch. Diesmal vielleicht mit dem Hintergrund Missionen zu schaffen. Ja, ich hätte das Ding noch gesucht. Mal sehen, mal sehen. Ja, was heißt jetzt? Achso, das Korpus-Ding ist das Allgemein-Quest. Ja. Das Korpus-Ding da suchen. Bisschen ungeschafft, Futur, in der letzten Folge. Bis auf die Tatsache, dass wir beide im Gate-Verreckt-Seiter waren konnten. Achso, Marcos Schuld. Ja, achso. Meine Schuld. Soll das meine Schuld sein, wenn du einen Aufzug hochläufst, der... Guck mal, jetzt muss ich zehn heimliche Kills machen, Sven. Ja. Ich muss drei Gegner innerhalb von zehn Sekunden töten. Aber weißt du, was muss ich nicht tun? Ich muss fünf Gegner während ich rutsche töten. Weißt du, was die Mission nicht bockt? Das die uns schon gefunden haben. Okay, wir haben eine Mission geschafft. Das war ein schneller Tod. Ich hab halt mal voll neil, ne? Ja, ich hab einen Blitz reingejagt und hatte meine Mission fertig. Scanner. Ah. Ah, ich weiß, was das für ne Mission ist. So ne Ausgrabungsmission. Oh, Polymerbündel. Kann man immer... Der hier hat Energie am Rücken. Energie ist gut. Die brauchen wir. Später im Massen. Ich geh mir gleich mal mit. Ich glaub aber, dass du bei einer Ausgrabung keines Delftes machst Futter. Mir egal. Nein, man muss nicht jede Mission alles machen, also. Oh, ich bin eingefahren. Oh. Yo, Slowboche. Free Fall. Ich häng fest. Ah, hier hat er. Ich sterbe noch nicht, ne? Jawohl, 2 von 5 Gegner. Mit was? Rutschen. Rutschen. Also ja, dann macht man am besten mit der Rutsche, er mit der Drehrutsch-Attacke, ne? Weißt du was ich meine? Die hier. Mach ich glaube ich auch mal. Die hier. Ja, die wo du dich so am Boden drehst halt. Ja, schön, alle auf uns ansetzen. Ja, und ich mach's jetzt alle von hinten weg. Ich hab meine Energieeinheit verloren, ne, ich hab eine. Finn, hast du auch deine Energieeinheit? Ja, ich hab meine noch, ja. Der hat mich immer wieder trocken. Markus? Ja, was ist? Hast du deine Energieeinheit? Hier liegt auch wieder eine. Ich hab eine. Ein Energie-Ding. Ja, und es rutschen uns. Yay. Jetzt ist mein ganzes Schild auf einmal weg. WTF? Was war das? Gib mir genauso manchmal. Und schon wieder ist mein ganzes Schild weg. Ey, irgendwas ist da drüben an der Ecke, was einfach ein direktes ganze Schild wegsackt. Du hübsst hier runter und dein Schild ist weg, hä? Loll. Meins auch. Du hast ja einfach kein Schild. Wie mies ist das? Ich hab volles Schild. Ja, auch. Mein Schild beginnt, um es sich aufzuladen und ist instant wieder weg. Alter, ich verreck gleich. Oh, mein Liegerfinger tut weh. Mit deiner Finger. Ja. Hä, der hier ist gar nicht in den Fels reingerannt. Okay, ich muss mal wieder irgendwo hin zu sterben gehen, wo ich mal wieder ein Schild herbekomme. Ich bin tot. WTF? Loll. Oh. Okay, warte. Aber so schnell wie möglich. Ich lege hier in so einem Tunnel. Yay, geschafft. Tatsache, du verreckst hier ziemlich schnell. Du verlierst einfach dein komplettes Schild einfach so random. Ja, wo bist du, wo bist du? Markus hat mich schuldig. Ja, das ist, glaube ich, irgendeine Munition, die ich getroffen habe. Nämlich habe ich es die ganze Zeit nicht gehabt, bis irgendjemand mich geschossen hat. Und dann läufst du so lang. Ja, ich bin schon blau. Ich bin die ganze Zeit blau irgendwie. Da muss ich, glaube ich, nicht so. Das ist, glaube ich, so Eisding oder sowas. Ey, das kann es sein. Das ist ja doch, warum ich vorhin eingefroren war. Das heißt, das braucht zu dem Scanner gehen und den Scanner einschalten langsam. Den hier? Ja, den hier auch. Ich bin drauf. Scanner aktiviert. Also den Scanner. So, jetzt voll. Hier müssen wir dann nämlich auch immer wieder Energie zuführen. Ich bin tot. Ja, ich habe einen Typ. Ich habe jedes Leben verloren. Ganz schön. Da scheiße mich da oben. Von hinterher glaube ich es ist einer. Ich weiß hier. Ich weiß nicht nur, aber der kommt wieder nicht. Nimm die Energiezeile in der Branche. Ja, ich bin... da ist jeder die neue energiezelle auf beiden ja meine auch wo wird abgebild ab ich habe die mission gut abgeschafft aufs team genug leuten den helm runtergeschossen das mehrere wieder hier noch ja ja immer wieder die energie hierhin bringen aber der hat 100 prozent da ist jetzt gerade bis nichts bringen sonst sind sie verschwendet warten bis er wieder bei 80 ist oder so über die gb über 20 aber er verbraucht hat mich um eine neue das so weil wir schon was gefunden habe leute ich habe auch was gefunden das wo bist du wieder ich hätte schon wieder ständig geht sich was ich habe überlebt hier dritte oder was ist der aufzug er ist ein bisschen runtergefahren oder schule ja aber hier sind wir falsch das war ein Teil der ich aufgefahren nach muss erzeugt vielleicht ganz normale energieträger nur gute Tote Energieträger sind gute Energieträger er hätte er komplett falsch das ist ja und das geht die Kosten jedoch was so wie später hier hinten ist da wettig drauf weil diese ausgabungsposition ist vielleicht länger das ist ja oder da werden wir schon auf dem ist oder was suchen aber das war der Daffau Scheiße 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 recht gut getötet wir haben sich jetzt nehmen 3.0 hinter mir leidere Gegner ja ich denke ich kann auch keine diese Energie da irgendwie Reif an das Leben ja auch wurde ich habe hinter dir aufgeweist danke ich bin mal hier oben gut schickte mir den Aufzug zumindest wieder runter ich brauche ich Blut gefunden ja er bewegt einen dicken Arsch mal hier hoch bitte ganz schnell Plattform kommt erst du hast hier hochgefahren Akos aber ganz gewinnig da nach oben ich habe mich nicht wirklich ein paar einzelne Gegner der hat schon Probleme damit ja ich habe noch kein Schild mehr gehabt jetzt bin ich laut jetzt bin ich laut du bist laut ja das ist aber nicht gut Futter möchtest du dann zumindest hier reinkrabbeln damit ich mich wiederbeleben kann gut aber immer schön in 10 Sekunden ne möchtest du mal bitte hier reinkrabbeln Futter damit ich dich gut wiederbeleben kann dann ignorier mich halt einfach also ich hab mal du willst da reinkrabbeln dankeschön finde ich echt nett wow auf einmal ja ich habe auch schon wieder dauernd mein Schild ist weg die ganze Zeit ich sterbe jetzt einfach gleich ja eben das war das irgendwas drin ich bin tot Futter hinter dir hinter dir Markus liegt draußen ich bin einfach verreckt ja x aber ich bin tot ich bin auch tot du hast noch 10 ja ja gleich wiederbelebung oder wenn du da draußen schaust das zu überleben weil ich war noch mein Schirm fällt schon wieder die ganze zeit aus irgendwas stimmt hier liegt hier liegt zwar in der Tier aber ich weiß nicht was das drin ist ok ich muss irgendwo hin wo mein Schild sich nicht die ganze zeit selbstständig deaktiviert das ist scheiße sonst verreckt ich gleich jeder oder wir haben einfach schon wieder viel zu lang gebraucht das kann auch sein ah ja weil mein Schild deaktiviert sich nicht mehr mein Schild bleibt da ich weiß was es sind was Granaten der hat mir gerade einer an der Kopf geschmissen äh es sind Granaten Shit Granaten die 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 stunnen sich oder irgendwas machen die Markus lebst du jetzt eigentlich wieder ja ich hab wiederbelebungen gemacht ja gut gehen wir jetzt zusammen dann in eine Richtung am besten ich kann ihm eine abschnecht aber endlich reißen Wolf ja ich auch so komm schon lass uns langsam jetzt mal hier wieder weiter vordringen ja ich hab immer noch kein Schild aber mit F kannst du's weglegen warte komm da ja es sind solche Handgranaten die die Blauköpfe schmeißen da ist die Kamera also pass auf wenn wir die Blauköpfe schmeißen das ist nicht gut das ist sehr gefährlich ja und am besten wenn euer Schild ausfällt wegblendet weil als ich weggerannt bin und aus dem Bereich steigbar raus war hat es keine Wirkung überhaupt nicht gehabt ah ja die haben wir ganz schön zersicht ist das dein Bordturm ja Bordturm A den müssen wir jetzt auch immer mit Energie versorgen und beschützen der hat auch Leben weißt den müssen wir wirklich beschützen hast du Energie? der hat noch der hat noch 75 wir müssen ihn erstmal beschützen von den Gegner was nicht hält Kopfschüsse Kopfschüsse Jungs Kopfschüsse machen wenn es geht aber wenn es hart ist muss erst einmal bei der Gegner in den Kopf identifizieren können so viele wie das sind wir haben wir die Granate geschlossen doch hat er einer gehst du weg du Kopf ich habe hier wieder ein bisschen Energie gefunden ja hat noch 100 Energie hat er wieder ja aber wir müssen das Ding auch noch 50 Sekunden halten ich würde sagen wir bleiben hier nicht vorrennen wir haben ja ich habe nur geguckt noch die Energiezelle gibt da liegt noch ein Energiezelle habe ich noch ja war ich bis 75 und dann gebe ich es ihm jetzt da kannst du es geben es gibt eh nur 20 also wenn sie also ok das reicht ja ja der kommt locker durch die 24 Sekunden denke ich ey die bisschen hier ist schon heftig langsam ja da muss man langsam schon mit Taktik gerade günstens in die Energiezieher oder ja genau die meine ich ja also diese Energie Granaten zu schützen sie ja ja so ähnlich wie ein Korkenkram wenn man so ein Schild aus der Tasche zieht gut wir können weiter ja nicht nur das Schildes zieht er ja auch ganz normal dein Leben weg jetzt ist das Spiel schon wieder abgekackt ja hä bei Macriotik ne ah gut ja Creotik haben wir jetzt eingesammelt jetzt jetzt arbeitet der Scanner wieder scheiß Spiel gleich bringt uns der Scanner eine neue Boardzone oh da ja warten noch 200 Sekunden es geht noch 200 Sekunden also wir könnten jetzt sogar schon gegeben übrigens also für den Fall dass es jetzt zu übel wird gehen wir einfach aber irgendwie kommt keiner ja 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 naja ich in die Zeit das ist ja nicht in zuvor er stellt die Brauche Energiezählung er hat auch einer oder nicht ja doch wir haben wir haben holen e aber wir haben soll Energieträger die Energieträger habe ich keine da ist eine er wird die Menschen zu bezeichnen da jetzt bekommt wieder welche ich kann auch gerne Richtung Scanner wir kommen wieder um die Wegpunkt Danke. Da. Ja, da macht ihr das da drüben. Ah, Energieträger. Okay, Nate wieder mal. Ich hab hier auch Energieträger, aber ich krieg die nicht. Die haben zu viele Roboter und so um sich rum. Das ist alleine, aber der haut ab, der Pisser, ey. Ja, angehalten, jetzt steht's still. Oh, Scheiße, das hab ich schon... Nein, hat er wieder die Scheißenergiegranate geschmissen. Gleich nochmal. Futter, da rennt er irgendwo hin zurück. Nee, ich hab ihn ausgestattet. Ey, Pisser. Oh, Robo, sah das an der Uhr. Aber bei mir ist auch einer. Das Problem ist ja zu der Armee ums Grund, dass ich die nicht rankomme. Was halten wir? Ich bin bei dem einen Wegpunkt da. Bohrer hinten. Beim Scanner quasi. Wegpunkt. Ach so. What the fuck. Den richtigen Ausgang ist schon anscheinend. Oh oh. Zurück alte Bohrer, schnell. Äh, ja, der Bohrer wird angekäftet. Ich bin zu weit weg, bin in verkehrte Richtung gerannt. Sorry. Schaffen wir nicht. Alles geil. Naja, wir haben fast Syncreton bekommen. Okay, der Scanner läuft wieder. Ich hoffe, die Energie vom Scanner reicht aus. Oh ne, so ein Strahl, denkst du. Bist'n du. Ich bin neben dir. So. Ich hab' den. Wen haben wir? Ich weiß nicht, was wir da immer brauchen. Die nächste Ausgrabungsstelle müssen wir jetzt wieder hingehen. So gut. Wir sind fertig. Wir könnten noch mal fertig. Aber ich... Krypton sammeln fände ich schon sinnvoll. Was ist Krypton? Sollte Material halt. Was wir brauchen. Und vor allem steht hier auch, finde und beschütze die Extraktoren. Also werden wir wohl die finden und beschützen müssen. Also müssen wir jetzt hier die Stelle halten. Hier ist auch jede Menge Energiekraft. Oh, ich bin jetzt Eiswasser runter gehüpft. Zwei Stück sind down. Oh ja, ne ganzer Mäh. Oh ja, zwei. Geil. Zwei Energiekraft. Hier unten im Eiswasser gefrierst du einfach. Ja. Äh, logisch. Ich hab' das Eiswasser. Ich bin tot. Ja, wieso wir die jetzt hier unten rauskriegen? Ja, das Problem sind die Gegner. Wenn die mal weg sind, geht's. Weil das Eiswasser ist gar nicht so schlimm. Die Gegner sind das Hauptproblem. Jaaaa. Danke. Alle hast du Glück. Jetzt raus hier. Wer hat, wer ist jetzt schon? Oh fuck, die sind ja direkt nebeneinander die zwei Ausgrabungsdinger. Jaaaa. Und sie werden angegriffen und gar nicht alleine. Alles halt. Jaaaa. Der hat zum Glück. Der wurde halt nicht jetzt wieder da. Oh, was hab ich ja getackelt? Also schon wieder. Der drüben ist irgendwie ein komisches Ding, dass er einen wegschleudert. Okay, hier drüben läuft noch einer. Oh 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 oh, bin tot. Backe, schaffst du's oder brauchst du Hilfe? Guter zu holen. Ja, ich müsste... Ja... Ja, ich schaff's. Oh, kannst du Chit mehr? Ich bin dauernd. Nein, doch nicht. Geil. Ich hätte auch ein einfaches vorher schon sagen, dass du Probleme hast. Ich dachte, es hält, aber doch nicht. 5, 4, 3, 2, 1, raus. Ja, ich komm nicht mal bis zu euch jetzt da. Ich hab hier jetzt da Probleme mit Gegnern. Aber 1, 2. Das war jetzt natürlich sehr geil. Wirbelieben warst du, oder? Ja, ich hab eure Schnelle, glaub ich, sogar gequiert jetzt. Oh, die kommen wieder. Ich hab Wirbelieben reingehauen. Ach, das ist wieder so eine Granate. Oh fuck. So ein Nate hat mich getroffen, ich bin da verbluten. Eiser. Wieder einer zerstört. Oh, da macht es. Wo sind die Scheiße? Ich hab das wieder dauernd. Oh scheiße. Ach, das ist wieder dauernd. Oh scheiße. Ach, das ist wieder dauernd. Das geht dauernd. Ich hab das Wort einheit. Scheiße. So ich wiederkommen oder? Mein Schiedig auch jetzt dauernd. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck, ich muss schnell weg hier. Hör zu euch. Ja, komm hier rüber, komm rüber. Ah, irgendwas hab ich weggeteckelt. Wo ist ein Extraktor? Ja, wir haben im Moment keine mehr. Alle dauernd. Wir müssen da hin, wo die Gegner sind. Ja, mach mal so erstmal platt, ne? Nein, wir müssen zurück zum Scanner. Und dem Scanner wieder Energie geben. Also müssen wir wieder quasi am Anfang der Web ungefähr. Weil der keine Energie mehr hat. Weil der keine Energie mehr hat. Nein, wir müssen zurück zum Scanner. Daher müssen wir uns jetzt den Weg durch ballern. Hahaha. Ich hab schon mal ja keine Arbeit hier. Oh geil, ich bin tot. Was auch immer das jetzt war. Wurde deck mich. Das war die dumme Idee. Und hinter uns ist der... Und das war ne scheiß Granatet, die irgendwas weg und durch. Ne, aber hinter uns hat uns total hier gemacht. Bist du auch tot, Huto? Ja, ja, ich bin auch tot. Ja, da brechen wir an der Stelle mal ab, Leute. Ich würde sagen, das war ein bis glückter Versuch. Der nächste wird vielleicht besser, weil wir diesmal dann nicht irgendwie die falsche Richtung am Anfang rennen, sondern in der nächste direkt das Zeug mache. Ich jetzt sage, wir gehen alle auf hier. Und mache hier den Anbruch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, Leute. Ich sage dir aus und ciao. Ciao. Ciao.